Schweineschmalz stellt man sich eigentlich als ungesund vor. Doch Studien von Forschern der Universität Córdoba bei Mäusen ergeben, dass dieser gesund ist und dabei hilft, den Alterungsprozess zu verlangsamen. Allerdings nur im Rahmen von kalorienarmen Essgewohnheiten. Für das Experiment setzten die Wissenschaftler die Mäuse einer Diät mit weniger Kalorien aus, als sie verbrennen. Dabei wurden drei Fettarten verabreicht, Schweinefett, Sojaöl und Fischöl, mit dem Ziel, die Effekte der Fettsäuren in den Tieren zu untersuchen. Das Hauptergebnis war, dass die Mäuse der kalorienarmen Diät länger lebten. Zudem konnten weitere positive Effekte im Körper nachgewiesen werden. Die Studie zielt auch darauf ab, Medikamente zu entwickeln, die ohne eine solche kalorienarme Diät die gleichen positiven Effekte für den Menschen haben könnten.